Hilarion, kanalisiert von Marlenes Wittlishoff, von 18. bis 25. Januar 2015. Ihr Lieben, ihr habt alle darum gerungen, das Gleichgewicht zu behalten, als die neuen Energien Gedanken, Gefühle und Emotionen in euch aufgebracht haben, von denen ihr keine Vorstellung hattet, dass sie überhaupt in euch verborgen lagen. Und ihr seid nun für eine weitere Verfeinerung eurer vier niederen Körper bereit. In den kommenden Tagen wird es viel einfacher werden zu navigieren, da die meisten von euch eure Reinigung und Läuterung von allem, das nicht die Liebe ist, aus der Ebene eures tiefsten und innersten Selbst nahezu abgeschlossen habt. Nun erstrahlt der Weg vor euch in einem breiteren Spektrum von Licht, das eine umfangreichere Perspektive bietet, als ihr sie noch zuvor hattet. Eine tiefere Erkenntnis des Selbst ist für euch unmittelbar bereit, dass ein besseres Verständnis für eure Schwestern und Brüder, mit denen ihr den Raum dieser Welt teilt, ermöglicht. Das Leben bekommt einen neuen Schwung voller unbegrenzter Möglichkeiten. Und eure größere Klarheit und Fokussierung lassen eure Gedanken und kreativen Ideen sich schneller denn je manifestieren. Das was früher Jahre brauchte um das Gewünschte in eure Erfahrung zu bringen, kommt nun auf eine mühelose und harmonische Weise zu euch. All das Gute, das ihr für euer individuelles Leben ersehnt habt, wird nun erschaffen und vom Universum und dem Schöpfer in eure Leben gebracht. Ihr beginnt nun zu verstehen, wie das Leben in Harmonie mit dem Universum und dem Schöpfer zu führen gedacht war. Ein anhaltender steter Strom von Freude, Entzücken, Licht, Farbe und Kreativität. Die Gaben, die ihr während eurer Reise in physischer Form weiterentwickelt und geübt habt, kommen nun an die Oberfläche. Ihr habt die großartige Gelegenheit, sich diese durch euch nun Ausdruck finden zu lassen. Und Talente, die ihr euch nur gewünscht habt, fangen nun an, in euch hervorzusteigen und euch mit ihrem Sichtbarwerden im Alltag zu überraschen. Jeder von euch hat einzigartige und wundervolle Talente, die unter der Oberfläche der anscheinenden persönlichen Grenzen verborgen gelegen haben und tauchen aus ihrem Vergessen auf. Es wird Überraschungen und unerwartete Ereignisse geben, die einem jeden von euch entscheidende Einsichten bringen und von einem Moment zum nächsten alles ändern werden. Alles was geschieht führt zu einem völligen Paradigmenwechsel und ihr solltet euch bemühen, dem nicht zu widerstreben. Bleibt offen und bereit über die Dinge nachzusinnen und die neue Richtung willkommen zu heißen, die euch zu neuen Höhen erheben können. Der Erfolg wird von den Früchten eurer innigen Absichten kommen und euer höchstes und bestes wohl fängt an, sich vor euch zu entfalten. Denkt beim Empfangen des Guten daran, der Welt in Dankbarkeit und Demut auch etwas zurückzugeben. Die Dinge werden sich wie durch einen Zauber fügen und die Wirklichkeit, nach der ihr sucht, erschaffen. Bleibt enthusiastisch über die neuen Möglichkeiten und Potenziale. Seid optimistisch in eurem Vertrauen in andere und auch sie werden gedeihen, wachsen und sich erweitern. Jeder um euch wird die positiven und wundervollen Aspekte eurer wahren Natur erkennen und euch diese zurückspiegeln. Gewährt euch das Hinausreichen in die unerforschten Bereiche des Ausdrucks eurer Selbst und betrachtet eure Projekte mit einem neuen und kreativeren Ansatz. Nehmt mehr Risiken auf euch und seid neuen und anderen Gedanken gegenüber offen. Lasst all die Überbleibsel alter Ängste und Begrenzungen los, an denen ihr immer noch festhalten mögt und öffnet euch weit für eure kreative Inspiration. Um eure Perspektive zu erweitern, entscheidet euch dafür friedlich und ruhigen Geistes zu sein und erlaubt dem Universum euch mehr Optionen anzubieten, derer ihr bisher nicht gewahr gewesen seid. Lasst euch vom Universum unterstützen und gewährt ihm den Einfluss auf euer Leben, um euch mögliche Lösungen zu schenken und das von euch gewünschte Ergebnis herbeizuführen. Seid offen und achtsam, geduldig und flexibel und bleibt dafür bereit, dass euch auf überraschende und einfallsreiche Weisen geholfen wird. Geht weiter voran und haltet die Augen für neue und unerwartete Gelegenheiten offen. Ihr könntet wundervolle Überraschungen erleben, wohin ihr geführt werdet. Wisst, dass alles gut ist und ihr nur von Liebe umgeben seid. Werdet zu der Verkörperung einer neuen Sichtweise auf das Leben und die Welt, die euch umgibt. Ihr seid ein strahlendes, weitleuchtendes Leuchtfeuer für alle um euch, und ihr ermutigt und schenkt anderen mit eurer Liebe, Weisheit und Präsenz große Kraft. Es ist für euch die Zeit, noch heller und weiter zu strahlen. Zeigt der Welt eure wahre Essenz. Bis nächste Woche. Ich bin Hilarion.